Sekt auf dem Laken, ins Hotelbett gepinkelt Ihre nächtliche Inkontinenz ist der Grund dafür, dass Lila wieder einmal in einem nassen Hotelbett erwacht. Der erste Gedanke gehört jedoch Robert, ihrer Bekanntschaft aus der Bar, mit dem sie in erotischer Zweisamkeit am Vorabend Sekt trank, der sich nun auf höchst lustvolle Art auf dem Bettlaken wiederfindet. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de